Bei diesem Fallschirmabbruch wird eine Dose mit 20 eingesetzt, die wird pilotiert vom Bernd Dresdner. Wenn Sie sich jetzt mal diese Maschine anschauen, das ist diese weiß-blau lackierte Maschine, die jetzt in den Start rollt. Da sehen Sie unten drunter an dem Rumpen, da hängt ein Fallschirmspringer dran. Das ist der Günther Fehlberg von Aircraft aus Berlin. Und ich weiß, dass der Günther, der Fallschirmspringerpilot, auch an Wettbewerben dran teilnimmt. Sie haben richtig gehört, mit so einem kleinen Modell, Fallschirmpiloten, kann man auch Wettbewerbe dran teilnehmen. Das geht deutschlandweit, sogar europaweit. Da führt man dann eben Wettbewerbe durch, da müssen die Jungs in einer bestimmten Höhe ausgesetzt werden. Dann müssen Sie einen Vollkreis rechts rumfliegen, einen Vollkreis links rumfliegen. Und dann ist nachher auf dem Platz ein Kreis aufgezeichnet. Und da gibt es dann noch zusätzliche Landepunkte, wenn er innerhalb dieses Kreises landet. Und ich denke mal, dass auch heute der Günther uns das hier zeigen wird. Und er wird uns nach dem freien Fall, der umgegends drei Sekunden sein muss, den Fallschirm dann öffnen. Und dann wird er uns einen Vollkreis rechts, einen Vollkreis sieben und dann garantiert auch eine super Punktlandung. Wir haben zwar keinen Kreis hier auf dem Platz, aber so dicht wie möglich halt beim Piloten zeigen. Das ist heraus. Jetzt sehen Sie den freien Fall. Öffnen. Ja. Ja, das muss so sein. Das ist so. Also wir haben keinen zweiten Möllemann am Platz. So und dadurch, weil der freie Fall jetzt halt ein bisschen länger war, wird er uns natürlich hier jetzt keinen Vollkreis rechts und Vollkreis links vorfliehen. Das geht nicht mehr, weil er muss jetzt eben halt zusehen, dass er hier auf dem Platz landet. Schauen Sie mal, wie schön das geht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, ja, sauber, 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 sauber. So, die Maschine kommt rein. So, werte Gäste, ich übergebe mal kurz an meinen Co-Moderator, den Kaus-Spiel. Schöne Vorführung hier. Nee, war nicht schön. Danke. Ah, der liegt auch nicht hier.